Abschalten und die Seele baumeln lassen. Wo ging das besser als in intakter Natur? Erholen Sie sich im Hotel und Wirtshaus im Moserhof, denn die einzigartige Lage am südlichsten Punkt der Steiermark hat so einiges zu bieten. Egal ob Sie das auf 700 Meter Seehöhe gelegene Hotel als Ausgangspunkt für Wanderungen nutzen oder einfach das sanfte Klima genießen wollen, der Moserhof gilt als beliebter Treffpunkt für die unterschiedlichsten Vorhaben und das seit der Gründung im Jahr 1632. Dies ist nicht nur auf das traumhafte Ambiente des Traditionsunternehmens, sondern vor allem auf die ehrliche regionale Kulinarik von Küchenmeister Peter Zangel und seinem Team zurückzuführen. Kleiner Tipp, den weitesten Ausblick auf die steirische Toskana haben Sie übrigens von den Panorama-Suiten aus, für die der Innovationsbetrieb weit um bekannt ist. Darüber hinaus schätzen die zahlreichen Gäste den Moserhof für Familienfeste, Hochzeiten und Seminare. Weitere Infos vorab finden Sie auf www.moserhof.at